Hallo zusammen und willkommen zu The German Podcast. Ich bin Dave, ein Deutscher, und dieser Podcast ist ein deutscher Podcast, wie ihr wahrscheinlich hört, für Muttersprachler, aber auch für Leute, die Deutsch lernen möchten, beziehungsweise diesen Podcast als Listening Practice benutzen möchten, daher auch der englische Name, also nicht wundern. In jeder Episode spreche ich über ein bestimmtes Thema, zum Beispiel etwas Kulturelles, etwas über Deutschland, etwas über die deutsche Kultur, die deutsche Sprache, aber natürlich auch allgemeine Dinge wie Medien, Kultur, Videospiele, Filme, alles mögliche. Manchmal komme ich auch ein bisschen ins Philosophieren und ab und zu habe ich auch Gäste. Du kannst The German Podcast auf allen gängigen Plattformen und Portalen finden, natürlich auch in Apps. Also dann viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal.